Musik 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 Ein Unfall zu bearbeiten. Ein Unfall, wo eine Person eingeklemmt ist aus dem Fahrzeug heraus, musste die herausgeschnitten werden, befreit werden. Im Nachgang hat sich ein Feuer entwickelt, was die Türkei Feuerwehr hervorragend bekämpft hat. Das ist die Ausgabe, die wir uns in den Kaza an zeigen. Wir haben den Kaza an den Kaza an den Kaza an den Kaza an den Kaza, die 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 Leute entfernt und die die Menschen zu retten und die Menschen zu retten. Wir hatten jetzt zwei Tage im Vorfeld, hatten wir geübt, dafür dass sie so kurz durch die Technik eingeweiht wurden, haben sie ganz hervorragend gearbeitet, sehr professionell, ich kann den Leuten nur meine Hand schütteln und einen sehr gut aussprechen. Wie hat die Technik von Henkel, die die Technik von Henkel gespendet hat? Ich bedanke mich bei Ihnen, dass ich der Zustellung geben durfte. Ich bedanke mich, dass ihr den Wagen hergebracht habt und das Ganze zuhört. Das haben wir sehr gerne gemacht. Ich bedanke mich, dass ihr euch sehr gerne möchtet. Ich bedanke mich, ich bedanke mich. Super! 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 Gut, ich halte die Scheiße weg zu Berlin im Fatima! Bauch bist! Super! 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 Die sind steil. Semen! Tamam. Der Wagen! Der Wagen! Araba! Araba in die Karte! Rube, sag dir erst mal was die Karte! Es ist ein BDF für den Wagen, doch nur noch sowas. Der Wagen muss nur ein Wagen sonst sein sein. Ich bin der BKW. Und für die Schleute, jetzt geht's gern nur ein Wagen. Weil ich dann auch nicht. Man kann ein Wagen vornehmen, aber das reicht nicht. Ihr müsst jetzt ganze Zereven bilden. Und noch weiter Schleute und Wagen vornehmen. Ich bin der Wagen, wenn ich jetzt nur ein Wagen sehen, Das ist mir nicht. Wenn die anderen die anderen, die hier hinten bleiben. Er muss jetzt sagen, dass der Mann die Schuhe nicht mehr verletzt. Wir geben den Feuer jetzt gleich eine Chance. Memmed nicht direkt anzulösen. Also, wir sagen jetzt, dass er die neue Schuhe nicht mehr schüttet. Wir sagen, dass er eine große Schuhe ist. Also, das ist er immer wieder zu starten. Dann ist er schon ein Schuhe. Wir machen das etwas mehr, wir haben das Schuhe nicht mehr. Jetzt gleich will ich drei Schläuche, drei Schläuche, drei Hohen. Von hier hinten rum, dass das Feuer nicht wegläuft, auf die Häuser zu. Man muss die Flanken sichern. Was ist denn da? Das ist ein U-Berzak, das ist ein U-Berzak. Das ist ein U-Berzak. Ja, ja. Komm, 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 komm. Hey, Schöp! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich glaube, es ist ein U-Berzak. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Wie heißt das? Was ist das? Ich schreibe ab jetzt. Absolut. Rumpa auf! Rumpa durch! Rumpa auf! Rumpa auf! Rumpa auf! Ja, Kollaboration. Heißt mal ausmachen, dann machen wir das. Ja, das ist ja dann. Schmerzen lassen. Aufmachen. Aufmachen. Wann nicht? Okay. Ich kann. Wann nicht. Na. Ich glaube, das System in den Übungen, ja, dann könnt ihr das verstehen. Das Theoretische mit dem Praktischen direkt verbinden. Das Theoretische. Das Theoretische. Das Theoretische. Das Theoretische. Das Theoretische. Auf einem Unfall, was normalerweise nur mit Schere und Streitstack macht wird, kann es auf einmal brennen. Das müsst ihr immer bedenken, immer berücksichtigen. Wenn Leute eingeklemmt sind, dass zumindest die Feuerlöscher sofort kommen und danach wird der Schnellangriff. Der Schnellangriff mindestens. Normal, normal, normal bir kazaydı, diyor. Gördüğünüz, başlang normal bir kazaydı. Adam, adamı çıkarttıktan sonra, birden yangın çıkarttıktan sonra, birden yangın çıkabiliyor, diyor, işte, böyle. O anda, diyor, hemen, işte, suların hazır olması gerekiyor, suyun hazır olması gerekiyor, her şeyin hazır olması gerekiyor. Bir anda, eee, mesela, adam içeride, der yangın çıkartıyor. O yüzden, eee, er şeyin hazır olması lazım, KM başlang, die yangın çıkartsa, bir anda hemen söndürüpüle. Wenn der sonst gewöhnt sei, nur zu arbeiten, dass alle was machen, das funktioniert bei einem Autounfall nicht, es muss einschäften. Brandschutz jetzt arbeiten. Die Gruppe kann sich aufteilen, zwei Mann für den Brandschutz vielleicht, einer als Maschinist, und legt hier ein Wafferrohr hin, ein Rohr. Birkaç kişi oraya gider, birkaç kişi de oradan, diyor, arabadan insanları kurtarırken, der yangın çıkarsa, diyor, bir anda, iki kişi, üç kişi orada olsun ki, yangın çıktı mı, yangın da söndür. Und da das dauert, es dauert, ist der andres aufgebaut, deswegen macht einer sofort, ein Pulverlöscher und den Wasserlöscher. Bir tanesi, yani bir kişi, hemen o, iki tane şişe var, arabanın içinde. Toz ve su. Toz ve su, onları getirsin, diyor, onları hazırlasın. Biri buraya su, o daaltıcı var ya, onu hazırlasın, diyor. Bei einem Autounfall laufen, viele Sachen müssen parallel laufen, deswegen müssen wir einen Chef geben, der sagt, du machst das, du machst das, du machst das. Bir araba kazasında diyor, bazı şeylerden parallel yürümesi gerekiyor diyor. Yani hepiniz bir anda oraya değil de, bir şef olacak diyor, bir şef olacak diyor, sen onu yapacaksın, sen bunu yapacaksın, görevi dağıtacak. Doğru. Wer ist der Chef? 나 oraya değil. MEA Vielen Dank.